Die Waldnachbarschaft Bladersbach. Eine Genossenschaft, deren Wurzeln bis in das 16. Jahrhundert zurückreichen. Noch heute bewirtschaften die zurzeit 31 Mitglieder gemeinsam den Niederwald auf dem Nutscheithöhenrücken bei Waldbröl. Heute ist Abholzen in einem der abgesteckten Orte auf dem sogenannten Galgenberg angesagt. Ein wesentliches Merkmal der Waldnachbarschaft, die gesamte Fläche, nämlich 90 Hektar, ist gemeinsamer Besitz. Das Gelände gehört der Waldnachbarschaft. Die Waldnachbarschaft war bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts praktisch ohne, wir hatten keinen bestimmten Rechtsstatus. Und durch das Gemeinschaftswaldgesetz in Nordrhein-Westfalen hat man uns jetzt den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts gegeben. Letztendlich gehört der Wald aber allen Mitgliedern der Waldnachbarschaft. Die Anteile können vererbt und verschenkt werden. Bei Verkauf jedoch fällt der Waldnachbarschaft das Vorkaufsrecht zu. Alle Sachen werden gemeinschaftlich beschlossen und werden praktisch mit Mehrheit entschieden. Und solange wir die Einwohner hier noch hinter uns haben, alle, beziehungsweise wenn wir die alle zusammenhalten, ist es zwar nicht schön, wenn wir Auswärtige haben, aber halt, wir müssen damit leben. Wir versuchen natürlich auch, sag ich mal, das Erbe unserer Väter, was die hier mal angefangen haben, auch so weiterzuführen, für die nächsten Generationen. Wir haben also aufgrund unserer Fläche, die wir hier haben, diese Niederwaldbewirtschaftung, vor circa 20 Jahren mit dem Landwacher-Westfalen, beziehungsweise dem Oberbürgischen Kreis, einen entsprechenden Vertragsnaturschutz abgeschlossenen Vertrag. Und kommen hier raus eine gewisse Entschädigung, damit wir das nicht in den Hochwald überführen. Weiterhin haben wir eine Eigenjagd hier, die wir verwachten. Und halt durch Holzverkäufe in bestimmten Rahmen. Aber wir sind also nicht der Holzproduzent, oder das, was man sich letztendlich vorstellt. Weil bei unserer Größe von 90 Hektar haben wir 10 Hektar Grünland, die verbrachte sind. 50 Hektar circa an Niederwald, wo wir hier zum Beispiel jetzt sind, das nennt sich Niederwald. Und 30 Hektar verschiedene andereartige Hölzer. Beim Niederwald kommen die Triebe der Laubbäume aus dem Wurzelstock, werden also nicht, wie beim Hochwald, in den Boden neu gesetzt. Der Stockausschlag wächst dann in 28 bis 35 Jahren zu mittelstarken Stämmen heran. Spätestens dann muss geschlagen werden, denn sonst ist die Wurzel zu alt, um neue Triebe bilden zu können. Abgeholzt wird von Dezember bis zum 1. April, ehe der Saft in die Bäume steigt. So funktioniert der Stockausschlag besser. Jedes Jahr gibt die Waldnachbarschaft etwa 1,5 Hektar zum Abholzen frei. Pro Ort also rund 500 Quadratmeter. So erreicht man nach durchschnittlich 30 Jahren Umtriebszeit wieder denselben Ort. Drei Baumarten beherrschen das Bild im Niederwald. Birke, Eiche und Buche. Vor Säure halbe, aber es passiert ja nichts, dass man nicht laufen geht. Sollen wir auch den Hängen hinlegen, Heinz? Hier auch? Ja, ja. So? Ja, pass auf, den musst du jetzt nur, dass man den nicht, ah, da dreht so, ja. Ja, so. Ja, ich bin ja, da dritt. Ja, da dritt fort, ja, ja. Heinz, das ist nicht die erste Karte, die schlagen. 1976 drehte der Landschaftsverband Rheinland eine mehrteilige Filmdokumentation über Genossenschaft, Nutzungsmöglichkeiten, Winterarbeiten. Schon damals mussten einige der Tätigkeiten nachgestellt werden. Bladersbach, das heute zur Gemeinde Waldbröl gehört. Hier in Bladersbach besteht eine der letzten Waldnachbarschaften des Bergischen Landes. Charakteristisch für die Waldnachbarschaften ist der ungeteilte Waldbesitz einer Gemeinde als Erbenwald, der von den angestammten Familien gemeinschaftlich genutzt wird. Zur Nutzung des Waldes gehört bis heute die Brennholzgewinnung im Winter. Bevor mit dem Ausholzen des Waldes begonnen werden kann, muss der Jahresschlag von den Deputierten aufgeteilt werden. Diese bilden den Vorstand der Waldnachbarschaft und sind für die Einhaltung der Statuten verantwortlich. Durch Einmessen der Holzung teilen die Waldschöffen den Jahresschlag in 20 bis 30 Teilflächen entsprechend der Anzahl der Nachbarschaftsmitglieder aus. Die Grenzen der Örter, wie man die abgeteilten Waldstücke nennt, werden durch das Einschlagen von 1,20 Meter langen Grenzpfählen markiert. Die Breite der ausgemessenen Fläche wird durch das Anlegen einer Messroute bestimmt. Die Größe eines Ortes kann ein, zwei, aber auch mehr Routenlängen betragen. Die Grenzpfähle kennzeichnen das Ende eines Ortes. Die eingeschnittene Zahl zeigt in die Richtung der Waldfläche, der sie zugeordnet ist. Jede Parzelle erhält auf diese Weise eine Ziffer. Die im Film dargestellte Situation am Rande des Waldstücks ist längst einem abendlichen Treffen in der Dorfwirtschaft gewichen. Die früher üblichen Holzlose sind aus fingerdicken Aststücken zurechtgeschnitten. Sie werden nun in einem Hut gemischt. Der Waldschöffe ruft jedes Mitglied der Waldnachbarschaft namentlich auf, ein Los zu ziehen. 21. Hermann Romünder. 26. Der Deputierte vermerkt auf der Liste der nutzungsberechtigten Waldnachbarn die Nummer des gezogenen Loses. Einer der Nachbarn weist vom ersten Grenzpfahl aus seine Helfer mit Rufen ein. Von seinen Rufen geleitet legt man den Verlauf der gemeinsamen Grenze durch markierende Stämme mit der Sichel oder dem Beil fest. Bei dem zweiten Paul ist das Ende der Holzung erreicht. Von hier aus wird der Verlauf der Grenze noch einmal kontrolliert und endgültig festgelegt. Die Technik hat Einzug gehalten. Die Tischkreissäge ersetzt die Axt, die Flex das Taschenmesser. Geblieben ist die etwas archaisch anmutende Markierung der auszulosenden Orte. Der Vorstand besichtigt im Vorfeld der Jahreshauptversammlung den diesjährigen Schlag und legt, je nach Bewuchs, Größe und Lage der einzelnen Orte fest. Werner Rohmünder, der Vorsitzende der Waldnachbarschaft, leitet die Jahreshauptversammlung. Rund zwei Drittel der berechtigten Mitglieder sind gekommen, ebenso der zuständige Forstoberinspektor. Dies zeigt die enge Zusammenarbeit zwischen Genossenschaft und Forstamt, die auch der Förster zu schätzen weiß. Ich möchte hiermit die Jahreshauptversammlung der Waldgenossenschaft, Waldnachbarschaft Bladesbach eröffnen und heiße euch alle herzlich willkommen. Ich muss feststellen, die Einladung ist fristgerecht erfolgt und wir sind laut Anwesenheitsliste über 50 Prozent der Anwesenden. Die Versammlung ist beschlussfähig. Ich möchte unseren Forstoberinspektor Herrn Tom herzlich begrüßen. Guten Abend. Guten Abend. Also es hat einen Vorteil für mich, dass ich eine große Einheit systematisch bewirtschaften kann und nicht wie das üblich ist, auf so einer Fläche mit 150 Einzelpersonen sprechen müsste, beraten müsste, jeden Wunsch einzeln aufnehmen muss. Hier habe ich konzentriert den Vorstand, der wieder die Interessen der Einzelnen kennt und mir übermittelt und so kann ich recht effektiv arbeiten. Ihr wisst ja alle, wo wir voriges Jahr gehauen haben. Da ist jetzt die Militärstraße. Anschließend fangen wir mit 1 an an der Militärstraße entlang. Mit 1 an bis 15. Und kriegen dann mit 16 drunter weiter bis 28 abgesteckt. Also ich habe jetzt hier als Holzverzicht... Hört mal eben zu. Einige der Mitglieder verzichten auf ihren diesjährigen Ort. Sie bekommen hierfür eine entsprechende Entschädigung. Manfred und Romunda Werner. So, die haben jetzt Holzverzicht, weil jetzt keiner mehr sonst noch verzichten will. Okay. Dann fangen wir an. Ja. Gut. Manfred, alles. 13. Walter Barth. Ist das hier, sind verschiedene? 16. 16. Kerstin Hubbrich. Wer nimmt den mit? Die ist nicht hier. Zieh, du. 8. Dann haben wir Schubacher-Heinz. Hier. Die ganze Jungs kann man sich ja so drüßen. Grässerorliehend auch. Wie jedes Jahr, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, die Nadelhölzer, die auf den jeweiligen Orten stehen, sollen komplett abgemacht werden. Ja, passt mal auf. Die Fählchen, oben an der Militärstraße, die haben wir extra zurückgeschlagen, was in den Bestanderein, damit dass sie nicht ausgezogen werden. Ja, also es wird geholzt bis an die Militärstraße. Laut Statuten genießen nur diejenigen Buschgerechtigkeit, das heißt Anrecht auf Teilhaberschaft am Gemeinschaftswald, die ihren Anteil von einem nutzungsberechtigten Elternteil geerbt haben. Die Waldnachbarn beginnen das Ausholzen des Waldes mit dem Schlagen der zur Lohgewinnung ungeeigneten Bäume, wie Birken, Hainbuchen und Erlen. Die dünneren Stämme und Äste der Bäume werden, sobald die Zweige entfernt sind, an Ort und Stelle zum Stapeln zerkleinert. Ist das Ausholzen beendet, stapeln die Waldnachbarn die gefällten Stämme am Waldrand. Diese Stapel bleiben bis zum Abtransport Ende Mai liegen. Der Galgenberg auf dem Nutscheider Höhenrücken von Bladersbach aus betrachtet. Nach 32 Jahren Umtriebszeit haben die Waldnachbarn 2008 wieder den Ort erreicht, in dem die erste Filmdokumentation gedreht worden war. Nach dem Begrüßungsschnaps steht gleich die Begehung zusammen mit der biologischen Station Oberberg an. Ein besonderes Kennzeichen für den Niederwald ist die Artenvielfalt. Da verschiedene Wachstumsphasen dicht beieinander stehen, finden viele Tiere und seltene Pflanzen hier optimale Lebensbedingungen. Nicht zuletzt deshalb ist der Niederwald auf dem Galgenberg bis 2011 als Naturschutzgebiet ausgewiesen und wird vom Land entsprechend finanziell unterstützt. Die Waldnachbarschaft, wenn die hier nicht tätig wäre, dann könnten wir diese Lebensräume mit dieser Artenvielfalt nicht erhalten. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Waldnachbarschaft hier diese Maßnahmen in abgewandelter Form zu früher, aber eben regelmäßig den Wald auf den Stock setzt und sich auch um andere Pflegemaßnahmen, die wir dann mit betreuen, kümmert. Also zum Beispiel, dass Zäune gesetzt werden müssen, weil die Wilddichte eben so hoch ist, dass einzelne Gehölze nachgepflanzt werden müssen, wenn Schockausschäge zu alt sind und dass auch vielleicht mal eine Mat von einem Saum oder Ähnlichem passieren muss. Das Forstamt hat mit der Waldnachbarschaft einen Betriebs-, Leitungs- und Beförsterungsvertrag und in diesem Rahmen wird die Bewirtschaftung durchgeführt. Und meine Aufgabe ist es, mit der Waldnachbarschaft zusammen den Entwurf dazu vorzubereiten. Das wird dann durch das Forstamt geprüft und im folgenden Jahr umgesetzt. Was hat sich verändert in den letzten 32 Jahren? Der Niederwald auf dem Galgenberg ist zum Naturschutzgebiet geworden. Die Zusammenarbeit mit Forstamt und biologischer Station Oberberg ist in Verträge gegossen. Gewonnen wird nach wie vor hauptsächlich Brennholz, früher auch Eichenlohe, sowie Reisig für Kehrwesen und Schanzen. Nun kommen wir aber an immer jüngeres Holz. Das können Sie ja gar nicht so genau machen. Das ist dann immer mehr abgerolzt worden. Deshalb besteht die Überlegung zur Zeit, ob man nicht mal nur eins ums andere Jahr mal Holz fällen, damit wir wieder an etwas stärkeres Holz kommen. Denn das Reisig alles ist nicht mehr so gefragt, wie es früher war. Da wurden dann in Bündeln, in Reisigbündeln, sogenannte Schanzen von gemacht. Nur was geblieben ist, dass immer wieder 30 Jahre älter wird es nicht. Die Bauern haben also dieses Laub für das Vieh benutzt, haben die Reisig, da haben sie Besen von gebunden, teilweise für das Anmaßholz gebraucht. Und bis in die 60er Jahre hat man von dem Eichenholz auch hat man es für Lohschälen. Die aus der Eichenrinde gewonnene Lohe benötigte die Waldbröler Lederindustrie zum Gerben. Der letzte Lohgerber im Ort stellte Anfang der 1960er Jahre seinen Betrieb ein. Damit entfiel eine wesentliche Nutzungsform des Niederwaldes. Das hier gezeigte Lohschälen war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten also bereits Vergangenheit. Der Höhepunkt der Vegetationsperiode ist erreicht und die Konzentration an Gerbsäuren in den äußeren Rindenschichten ist jetzt am intensivsten. Sowohl das Lohschälen als auch das Ausholzen der Lohschläge im Winter wurde von den Mitgliedern der Waldnachbarschaft als Gemeinschaftsarbeit durchgeführt. Mithilfe zweier Astgabeln bocken die Waldnachbarn so dann den Stamm auf. Die Rindenstücke schichtet man schindelartig übereinander. Die gewölbte, borkige Seite zeigt nach oben, der Rindenschnitt nach unten. Bei dem Beladen des Gerüsts achten die Bladersbacher besonders darauf, die Rindenstücke nicht zu dick und zu dicht zu lagern. Um die Lohe möglichst gleichmäßig zu trocknen, müssen Wind- und Luftzug ungehindert an die Lohe herankönnen. In Bladersbach nutzte man das Reisig zum Anfeuern der Herde und zum Anheizen der Backöfen. Wiederum mit frischen, gedrehten Birkenzweigen binden die Männer die Reisigbündel an beiden Enden zusammen und bringen sie an den Rand der Parzelle. Zusammen mit den Lohsstangen und dem im Winter ebenfalls in Gemeinschaftsarbeit geschlagenen Brennholz laden die Männer die Reisigbündel auf einen Wagen. Heute nicht mehr üblich, die Gewinnung von Stallstreu im Wald. Das etwa sechs Quadratmeter große Sackleinentuch knüpft man mit Hilfe zweier Kordeln zusammen, um den Transport zu erleichtern. Das Protokoll der Bladersbacher Nachbarschaft von 1853 gibt genaue Anweisung über die Verteilung des Schlages. Zur Reinigung des Schlages von Streu und Stängeln soll einem jeden sein Stück hingegeben und der betreffende Schlag von dem Vorstande vor und nach verteilt und verlost werden. Gemeinsam mit der Volkshochschule finden regelmäßig geführte Wanderungen durch das Naturschutzgebiet statt. Als sachkundige Führer agieren Dietmar Rötzel und Christoph Weidkemper von der biologischen Station Oberberg. Das ist eine Markatorkarte erwähnt und die stammt aus dem Jahr 1575, ist also durchaus schon eine historische Stätte hier auch. Durch diese Abfolge der verschiedenen Phasen auf kleinen Flächen dicht nebeneinander ist der Niederwald ein optimales Biotop für die verschiedensten Arten, die eben auch auf die verschiedenen Phasen angewiesen sind. Das können Insektenarten sein, aber auch Vogelarten und Charakterart hierfür ist das Haselhuhn, was auch damals ausschlaggebend war für die Ausweisung des Naturschutzgebietes. Ich habe jetzt nochmal einen Plan mitgebracht über die Einschläge, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Wie man sehen kann, wir versuchen auf den 50 Hektar Niederwald, den wir haben, den so zu gestalten, dass wir eine Umtriebszeit von 30 bis 35 Jahren bekommen. Das heißt, wir fangen hier an und in 35 Jahren sind wir wieder an der Stelle, wo wir Holz abmachen. Hier stehen wir vor einer Stelle, wo es mit dem Stockausschlag nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Gott sei Dank nur kleinräumig, sieht man, dass hier der Adlerfahn sehr dominant ist und alles zudeckt. Und die Eichen es hier mit den Stockausschlägen nicht geschafft haben oder auch die Birken, andere Baumarten, diese Fläche für sich wieder zurück zu erobern. Bislang stand hier ein Fichtenhochwald. Die Waldnachbarschaft hat das Areal roden lassen und wird es in Niederwald überführen. Das dadurch entstandene Gelände erweitert die Nutzfläche um etwa einen Hektar. Wenn man heute sagt, einem Waldbauern oder einem Förster sagt, wir machen einen Niederwald da raus, dann sagt er, wirtschaftlich total Unsinn. Ökologisch zwar wertvoll, aber wirtschaftlich ein totaler Unsinn. Das mag hart klingen, macht aber auch deutlich, dass die Waldnachbarschaft wesentlich mehr ist als nur ein profitorientierter Interessenzusammenschluss. Die Gemeinschaft pflegt die Traditionen, hegt den Wald, kümmert sich intensiv um die Kulturlandschaft. Im Jahre 2010 eine beispielhafte Einstellung im rheinischen Alltagsleben. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020